Bei Gruppenaufnahmen passiert es uns recht häufig, dass irgendeiner der Beteiligten auf dem Foto nicht so aussieht, wie er auch sehen soll. Zum Beispiel bei diesem Foto hier der drei Kollegen haben wir hier einmal das Foto, zwei gucken in die Kamera, einer hat die Augen geschlossen. Gucken wir uns das nächste Foto an. Ich habe hier zwei Fotos aus dem Ordner mit den Übungsmaterialien geöffnet. Hier sehen wir, hier die beiden gucken jetzt in die Kamera und der Kollege hat die Augen geschlossen. Und wir haben in Photoshop Elements die Möglichkeit, diese Gruppenfotos zu kombinieren, so dass man quasi die besten Teile des Bildes in einem Bild zusammenfasst. Und das möchte ich Ihnen hier in dieser Lektion einmal zeigen. Die beiden Fotos, wie gesagt, die Sie hierfür benötigen, finden Sie wieder im Ordner mit den Übungsmaterialien. Die öffnen Sie sich einmal, dann haben Sie sie hier im Fotobereich. Hier sollten Sie sie auch einmal sehen, das heißt, klicken Sie ruhig einmal auf Fotobereich rein, dass Sie hier die beiden Bilder nebeneinander sehen. Und dann müssen Sie, um die Funktion zu aktivieren, müssen beide Bilder markiert sein. Das heißt, Sie klicken das erste Bild an und mit gedrückter Umschalttaste drücken Sie das zweite Bild an, dass dann hier so ein weißer Rahmen entsteht. Jetzt sind beide Bilder markiert und ich kann jetzt die Funktion zum Kombinieren dieser Bilder aufrufen. Die finde ich hier oben unter Überarbeiten. Dort den Punkt Fotomerge und Fotomerge Gruppenbild auswählen. Wenn Sie die Funktion aufgerufen haben, dann sehen Sie hier dieses Dialogfeld. Hier haben Sie zwei Ansichten, die Quellansicht und das Endergebnis. Die Quellansicht, hier erscheint nachher das Foto, aus dem Sie etwas in das Endergebnis übertragen möchten. Das heißt, Sie wählen als erstes erstmal das Endergebnis aus. Das heißt, Sie wählen aus den Bildern hier dasjenige Bild aus, welches als Endergebnis da liegen soll. So, wir haben hier diese beiden Bilder. Wenn ich hier draufklicke, sehen Sie, werden die abwechselnd hier in der Quellansicht gewechselt. Hier kann ich jetzt erstmal aussuchen, welches mein Endergebnis sein soll. Ich möchte dieses Bild hier als Endergebnis haben. Das heißt, dieser Teil vom Bild, der soll mit dem anderen Bild kombiniert werden. Das hier, das erste hier, das ist mein Endergebnis und das ziehe ich jetzt per Drag & Drop aus dem Fotobereich hier in den Bereich Endergebnis und hier lasse ich die Maustaste los. Jetzt erscheint das Bild hier. Und jetzt muss ich nur noch definieren, was mein Quellbild sein soll. Das ist logischerweise das andere. Das heißt, ich klicke jetzt auf dieses Bild hier drauf und jetzt habe ich hier mein Quellbild und hier mein Endergebnis. Und den Bereich, den ich von diesem Bild zu diesem Bild übertragen möchte, das ist der Kopf hier. Hier sind die Augen geöffnet, hier sind die Augen geschlossen und ich möchte diesen Teil des Bildes am Ende in diesem Bild kombiniert haben. Und dazu benutze ich hier das Buntstiftwerkzeug. Mit dem Buntstiftwerkzeug kann ich einen Rahmen um den Bereich des Bildes machen oder erzeugen, der übertragen werden soll. Und dazu klicke ich hier auf Buntstift und jetzt kann ich hier die Größe des Buntstiftwerkzeuges eingeben. Den lasse ich aber so, wie er hier eingestellt ist, auf die kleinste Größe. Ich lasse mir hier auch die Striche anzeigen, damit ich auch sehe, wo ich male. So und jetzt fange ich einfach an, hier um den Bereich zu malen, aber ich werde vorher mal meine Ansicht vergrößern. Das heißt, ich gehe hier in das Lupenwerkzeug und ziehe mit gedrückter linker Maustaste einmal diesen Bereich auf. Und das Praktische ist, das wird in beiden Ansichten aktualisiert. Das heißt, hier sehe ich den Bereich, der übertragen werden soll und kann dementsprechend dann auch das Ergebnis sehr schnell kontrollieren. Gut, ich gehe also wieder zurück zum Buntstiftwerkzeug und jetzt sehen Sie, habe ich hier mein Werkzeug ausgewählt und habe jetzt die Möglichkeit, hier um den Kopf herum einen Rahmen zu ziehen. So und das, was innerhalb dieses Rahmens eingeschlossen ist, das wird auf die andere Seite übertragen. Jetzt lasse ich mal die Maustaste los und Sie sehen, hier ist jetzt der Inhalt des Rahmens auf das zweite Bild übertragen worden. Wenn ich mir jetzt mal das Bild komplett ansehe, mit STRG 0, dann sehen Sie, ist das hier perfekt angepasst. Denn jetzt haben wir hier die drei Bilder, wo alle drei die Augen geöffnet haben. So, ich zoome nochmal wieder hier rein. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, falls das Ergebnis nicht überzeugend ist, habe ich die Möglichkeit, mit dem Radiergummi diesen Strich auch wieder zu entfernen und nochmal neu anzusetzen, wenn es mir nicht gefällt. Damit ich jetzt genau kontrollieren kann, welcher Teil dieses Bildes hier rüber übertragen wurde, habe ich die Möglichkeit, mir hier die Regionen anzeigen zu lassen. Und dann sehen Sie, dieser Rahmen dient lediglich als Bereichsauswahl. Das heißt, ich habe hier zwar einen Bereich ausgewählt, aber meine endgültige Auswahl sieht etwas anders aus. Denn Photoshop Elements versucht, möglichst nahtlos übergangsfreie oder artefaktfreie Übergänge zu schaffen. Das heißt, das Ergebnis ist nicht eins zu eins der Rahmen, sondern eine Auswahl, die sich an diesem Rahmen orientiert. Und das können Sie kontrollieren, indem Sie sich hier die Regionen anzeigen lassen. Ich gehe mal wieder in die komplette Übersicht mit STRG 0 und blende die Regionen wieder aus. So, wenn Sie merken, dass das Ergebnis nicht hinkommt, weil die Bilder vielleicht nicht gleich ausgerichtet sind, dann haben Sie noch die Möglichkeit, unter den erweiterten Optionen hier das Ausrichtungswerkzeug auszuwählen. Wenn Sie das auswählen, dann bekommen Sie jeweils drei Fadenkreuze in beiden Bildern angezeigt und Sie richten diese Fadenkreuze jeweils an gleiche Elemente, die in beiden Bildern auftauchen, exakt aus. Also beispielsweise kann ich hier den Kamin im Hintergrund, die Oberkante nehmen, um dieses Fadenkreuz zu platzieren mit der Nummer 1 und ich könnte das mit der Nummer 1 in dem anderen Bild ebenfalls an die gleiche Position setzen. So habe ich die Möglichkeit, die Bilder aneinander korrekt auszurichten. Das ist hier in diesem Fall aber nicht nötig, deswegen kann ich das hier wieder deaktivieren. Ansonsten würde ich jetzt mit Fotos ausrichten, diese Funktion aktivieren. So, die blende ich hier wieder aus und nachdem ich meine Retusche oder nachdem ich hier die Gruppenbilder miteinander kombiniert habe, kann ich hier einfach auf Fertig klicken und dann kombiniert Photoshop Elements mehr das gesamte Bild in ein neues Bild. und hier sieht man, dadurch, dass die beiden Fotos unterschiedlich ausgerichtet waren, da gibt es hier so einen Rahmen, den ich nicht benötige. Das heißt, als abschließende Bearbeitung wähle ich hier mein Freistellungswerkzeug aus. Sollten Sie sich im Assistentenmodus befinden, dann haben Sie das nicht zur Verfügung. Dann wechseln Sie kurz in den Modus Schnell oder Experte und dann wählen Sie hier das Freistellungswerkzeug aus und ziehen hier einen Rahmen auf. der den Bereich umfasst, der bei beiden Bildern vorhanden ist. Und dann mit dem grünen Häkchen können Sie die Auswahl bestätigen und jetzt brauchen Sie das Bild nur noch abspeichern. Und dann mit dem grünen Häkchen können Sie das Bild auch noch abspeichern. Und dann mit dem grünen Häkchen können Sie das Bild auch noch abspeichern. Und dann mit dem grünen Häkchen können Sie das Bild auch noch abspeichern. Und dann mit dem grünen Häkchen können Sie das Bild auch noch abspeichern. Untertitelung des ZDF, 2020